Was uns hier erwartet. Wir haben Kobolde, ja, und wir müssen einiges von denen zurückholen. Wir haben eine Stufe 2, also mehr Leben und mehr Schaden bei den Gegnern. Und wir haben die erdrückenden Schatten. Der Bereich wird in Dunkelheit gehüllt, die die maximale Gesundheit aller verringert, die nicht in strahlendem Licht stehen. Okay, schauen wir uns mal an den Spaß. Betreten. Dann, Brann ist mit dabei. Sehr, sehr gut. Und die Kobolde, das hatten wir ja schon bei der letzten Nebenquest, die sind hier ordentlich am Randalieren. Das können wir natürlich nicht besonders gut leiden. Nehme ich Brann wieder als Heiler? Ich glaube ja. Ist mir irgendwie ein bisschen sicherer, obwohl wir könnten Schaden mal probieren. So, da hauen die beim Leveln bestimmt noch nicht rein. Und wenn doch, dann wissen das direkt für die Live-Version. So, warum wollen die Kobolde das alles haben? Na, weil die alles nehmen, was glitzert. Da sind sie ja wie die Niffen unterwegs. Aber wir holen das auf jeden Fall zurück. Ja, hol die Artefakte zurück. Machen wir Brann dabei. Und das ist jetzt diese Dunkelheit. Okay, verdunkelt auch tatsächlich ein bisschen den Bildschirm. Und diese Kerzen natürlich, die sollen uns jetzt den Weg leuchten. Okay, die kann man aufnehmen. Die hält zwei Minuten und alle in unserer Nähe, die werden davon natürlich auch erfüllt. Okay, und so kämpfen wir uns jetzt von Kerze zu Kerze. Noch ikonischer kann es mit den Kobolden natürlich kaum zu Gange gehen, Junge. Unsere neue Reapers-Mark-Fähigkeit mit dieser Schattenfrostwelle. Jawohl. Da setzen wir im Rahmen der Hero-Talents dieses Mark auf ein Ziel. Lassen das dann hochstacken. Und je nach Stackhöhe explodiert das dann. Beziehungsweise kann auch auf weitere Gegner überspringen. Oh, und da haben wir so einen fetten Brood-Kobold. Jawohl. Der Auftragssucher-Junge. Geil. Die habe ich auch noch nicht gesehen. So ein bisschen Kobold-Featuring-Stacheleber. So kommt er auf mich rüber. Da können wir auch ein bisschen ausweichen. Ja, und Brand warnte schon, die Kerze, die wird nicht auf Dauer halten. Da bezieht er sich so ein bisschen auf unseren Cooldown. Spreadet jetzt hier Fallen. Ich schätze mal, da können wir den reinziehen. Ja. Macht sicherlich ein bisschen Schaden. Verlangsamt scheint er nicht zu sein. Aber das ist sicherlich ein bisschen alte Survival-Hunter-Taktik. Aber der hält auch schon ein bisschen mehr aus. Also der ist ein Elite-Gegner. Ich habe mich jetzt nicht hier auf die allerbesten CD-Kombinationen konzentriert. Aber im Vergleich zu denen davor, Junge, da hatte der schon ein bisschen mehr Bock. Also, wenn man sich hier zu viel Zeit lässt, dann kann das mit dem Licht auch ein bisschen knapp werden. Und wenn wir in die anderen Kerzen reinrennen, dann bekommen wir einfach die Ressource Wachs und formen die Kerze quasi neu. Kerzen erhält das Refugium. Das ist dann womöglich so ein kleiner Save-Point. Okay. Und dann muss man sich so ein bisschen überlegen, was macht man mit der Zeit, die man jetzt hat. Ja, hat man noch genügend Wachs in seiner Kerze? Wow, wer bist du denn? Um für solche Abenteuer bereit zu sein? Oder geht man lieber auf Nummer sicher, ne? Denn die Dunkelheit verringert unsere maximale Gesundheit, wenn ich es richtig im Ohr habe. Das heißt auch als Tank, wenn du hier auf Zeit spielen willst. Ja, das kann ganz gut in die Hose gehen, wenn du nicht aufpasst, ne? Ja, interessante Mechanik und interessante neue Gegner hier auch dabei. Brandsäbel, der wird ja auch mitgelevelt. Das heißt, wenn man jetzt mit seinen Fähigkeiten noch nicht so ganz zufrieden ist, dieses Kiten durchfallen, stelle ich mir gerade als Ranged-Idee ein bisschen nervig vor. Dann ist es gut möglich, dass sich das später noch verändern wird. Wir können hüpfen und das heilt uns. Arcane Gesundheit. Okay, wir haben jetzt einen Double Jump. Bisschen Demon Hunter Style. Und wir haben einen Schurkentrank. Heilt und erhöht die Geschwindigkeit. Sehr schön. Ja, das sind diese Torgas-Like-Boni, die wir hier ja mit einsammeln können. Wusch, einmal Syndragosa mit rüber. Und dann haben wir den ersten Raum schon fast gekleert. Wir sehen aber auch, ne? Schöner Effekt bei unserer Kerze. Umso weniger Zunder, die noch hat, umso weniger Wachs wir haben, umso kleiner wird auch der Ring um uns rum. Ja, jetzt kriegen wir hier schon die Dunkelheit wieder ab. Müssen also hier herfliehen. Da liegt allerdings noch ein Artefakt. Das heißt, mit unserer Restkerze müssen wir hier nochmal rüber. Und das ist natürlich dann gerade in der Gruppe interessant, ne? Da werden bestimmt nicht alle eine Kerze haben. Ganz im Gegenteil. Da wirst du dann einen mit ausstatten. Immer wieder hier zu diesen Safe Points zurückkehren. Dir eine kleine rausbrechen, ne? Schön der Kerzenherstellungskurs hier. Let's go. Und dann musst du dicht zusammenbleiben. Fantastisch. Erinnert mich so ein bisschen an die Visionen von Ensaus. Wo man ja auch dann mehrere Aufladungen hatte von so einem Titan-Relig, das die geistige Gesundheit wiederherstellen konnte. Brand baut auch weiterhin ein bisschen ab hier. Ja, da sieht man, der hat ein bisschen Mining-Erfahrung dabei. Und wenn du da nicht drin standest oder das zu lange rausgezögert hast, ne? Dann war die ganze Gruppe ordentlich im Arsch. Also, das scheint hier ähnlich zu sein. Und das sind Kerzenfallen. Die haben wir auch noch. Ja, es sind auch so ein paar Sound-Effekte, glaube ich. Das ist ja alles heute ein bisschen sehr leise in der Alpha. Aber darum ist es ja eine Alpha, ne? Da waren andere Sachen erstmal wichtiger. Wie dieser Kobold, der aussieht, als würde er gleich in die Luft fliegen. Junge, was ist denn sein Problem? Ja, wir hatten ja schon von den Zwergen, die hier ansässig sind, beim letzten Mal einiges über ihre Todesrieten, über ihre Rituale erfahren, auch mit Trauer umzugehen. Und genau da kamen die Kobolde reingeplatzt, ja? Und haben deren Friedhöfe geplündert. Und genau unter einem solchen Friedhof ist auch diese Tiefe, dieser Delph hier. Und deswegen passt das auch storytechnisch eigentlich ganz gut. Was uns kackegal sein wird, wenn wir die Dinger zum hundertsten Mal rennen, ne? Aber auch da haben sie ein bisschen drauf geachtet, dass sich das wirklich in der Welt sinnig anfühlt. Und so soll es sich ja anfühlen. Dass du nicht mit dem Ladebildschirm reingeportet wirst, sondern du fliegst da rein, klickst diese Nebelwand weg und boom, bist quasi drin. Ja, das ist cool. Was haben wir hier noch? Ja, mehrere von diesen Artefakten. Da habe ich erst drei von. Wir brauchen elf. Oh, okay. Arcane Gesundheit. Ja, Gesundheit erhöhen. Nehmen wir mit. Das sind so die üblichen Boni, ne? Also wenn man früher mal Torgas gespielt hat, dann kommt man mit denen, glaube ich, auch ganz gut klar. Da haben wir wieder so einen Dicken. Den würde ich jetzt aber ganz gern hier mit rübernehmen in das Licht. Weil bei dem möchte ich vieles, aber keine verringerte Gesundheit. Und bisher, ich bin gespannt, wie es auf höheren Schwierigkeitsgraden aussieht. Aber bisher finde ich das mit der Schwierigkeit, diese Kerze zu managen, auch absolut überschaubar. Oh, wir machen sehr viel mehr Schaden jetzt hier. Geil. Die Boni lohnen sich auf jeden Fall auch. Weil man sich bei diesen Kerzen doch auch immer wieder aufladen kann, ne? Ja, dadurch hat man ja auch, wenn man vielleicht ein bisschen langsamer ist vom eigenen Gameplay her, ja? Sich das erstmal in Ruhe angucken möchte, hat man immer wieder so Safe Spots, die einen dann, ja, wirklich ausruhen lassen. Oder wenn gerade der Pizzabote klingelt, ne? Das ist, wie viele von uns wissen, während einer M-Plus-Runde ein bisschen schwieriger zu managen. Aber hier kannst du dir dann einen Entspannten schieben, ne? Dann können wir, glaube ich, in den nächsten Raum. Aber das sind auch riesige, riesige Höhlen und Grotten hier, ne? So richtig schön Zwergen-Mausoleumsartig. Boah. Da kommt jetzt hoffentlich was runtergefallen und dann hört man nur ein närrischer Tuck. Das würde ich jetzt auch fühlen. Obwohl ich wenig Bock hätte, jetzt hier während des Leveln zu tief und zu gierig zu graben. Also, da müssen wir uns ein bisschen hüten. Hier haben wir auch diese Maulwurfviecher, die von den Kobolden, glaube ich, einfach Hunde genannt werden. Also, das sind einfach deren Haus und gleichermaßen Reittiere. Hatten wir auch beim letzten Mal. Wiederbelebungspunkt freigeschaltet. Ah! Wenn wir wipen, diese Versammlungssteine. Das sind so kleine Checkpoints. Aber das finde ich cool, dass sie daran gedacht haben. Ich bin sehr gespannt, wie sich hier die Schwierigkeitsgrade anfühlen. Bei uns war es ja meistens so in den letzten Addons, dass wir gemeinsam in unserer Vierer- oder sogar Fünfergruppe gelevelt haben. Bis wir Maximalstufe waren, dann ging es ins Bett. Und wenn dann alle wieder wach waren, dann haben wir angefangen mit den ersten HC- und oder M0-Runden. Und jetzt sind die Delves halt noch mit dabei. Und von HC zu M0 hast du manchmal ohne Gier mit irgendwelchen Greens vom Questen schon gemerkt, dass es da ordentlich anziehen kann. Darum bin ich höchst gespannt, wie sich das dann hier anfühlen wird. Ob man da auch weiterhin durchrusht oder ob du dann richtig Angst hast vor so einem Elite-Kobold. Wenn du dann keine glücklichen Boni ziehst, die sind bestimmt auch nicht so mega gespreadet dann auf den höheren Graden. Vielleicht noch ein paar mehr Fallen und so weiter dabei. Da kacken wir uns aber ordentlich ein, alle Mann, ja? Gummell, hi! Eine Karte haben wir noch nicht, meine ich. Nee, noch nicht. Aber wir haben Sir Finlay Mergleton. Ja, den retten wir natürlich. Dachte ich, die Fledermäuse, die haben ein Problem damit. Dann kommst du mal ran. Schöne Schackenfrostwelle hier. Oh, die Hero-Talents, Junge. Ja, lieber Hero-Talent als Billy-Talent ist das Motto heute im Delve. Oh, da ist das mal schön übergesprungen auf die Nächsten. Aber leider bringt uns jetzt die fette Explosion nicht mehr so viel. Nee, die haut nur den einmal um. Sehr, sehr gut. Dann können wir den holen. Eine saubere Rettung. Ich mache in der Nähe einen Laden auf. Ja, deine Kundschaft ist aber schon komplett tot. Ist ihm egal. Na gut. Dann einmal hier rüber. Bisschen Erz mitnehmen. Ich habe auch keine Berufe. Also, Brand baut das von alleine ab. Man kriegt auch so ein paar Ressourcen noch hinterhergeworfen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und dann haben wir schon über der Hälfte. Wie lange hält man es denn aus in der Dunkelheit? Wenn wir jetzt sagen, hier... Wirklich, pro Stack geht ein Prozent runter. Oh, aber sehr schnell. Oh, okay. Sehr, sehr schnell. Dann sollten wir zügig ins rettende Licht. Und er... Wait. Er hat jetzt wirklich einen Laden schon aufgemacht. Na gut. Wir sind der einzige Kunde. Hier können wir reparieren. Wir können verkaufen. Das ist ja toll, dass die Delves sich dann auch so ein bisschen mitentwickeln. Je nachdem, was wir hier finden. Das mag ich ja auch super gerne. Dass das echt einen größeren Impact hat als... Hurra, du hast einen gerettet. Ja, das ist ein Händler. Bei dem kannst du direkt verticken, Junge. Let's go. Nickel, hi. Kann der Unholy jetzt mehr Ads dauerhaft haben? Was ich bisher gesehen habe von diesem einen Unholy-Heldentalentbaum, hast du im Grunde einfach noch mehr Ads. Ja. So wie Bran auch eine Salve hat, Junge. Schön alte Salvenmechanik. Coole Nummer. Damit du einfach noch mehr mit noch mehr Gegnern überrennen kannst, ja. Okay, das sind wieder diese Feuerspeier. Wollen wir mal gucken, was die für Schaden machen. Ob das aushaltbar ist. Oh, ja, doch, doch. Macht schon böse Aua. Okay, da ist eine Kiste. Da kommen wir aber schnell mal ran. Erinnert natürlich an diese Torgastfallen, wo man manchmal diese Sperer hatte, die aus dem Boden geschossen kamen. In verschiedenen Mustern. Und auf der anderen Seite war dann auch so eine Bonusfähigkeit. Das kennt man auch, so ungefähr. Und hier drüben haben wir noch ein paar Ads. Es fühlt sich aber ganz anders an als Torgast. Allein, dass du nicht so eine Ebenenübersicht hast, das ist schon doller anders. Dass die Intensität der Boni ist natürlich was anderes. Die Rare-Rate, darum klar ist so ein Torgastvergleich möglich. Aber sie wollten es doch ganz anders aufziehen. Und ich würde sagen, das ist ihnen auch gelungen. So, da können wir durch. Kein Problem. Und dann gibt es hier wieder ein schönes Mark ins Gesicht. Jawollo. Hier ist noch mal das Add-On, mit dem man sehen konnte, wie viele Tries man auf dem Boss hatte für Mauns. Rarity. Rarity geschrieben nennt sich das. Ohne das geschrieben dazu. Ja, ein bisschen Gold gefunden, Junge. Ein Gold, 82. Brand. Hör mal, der macht mich reich, ne? Was für eine Legende. Müsste das dann aber nicht bedeuten, dass wir auch diese Art von Dunkelheit anziehen? Da wo keine Kobolde und somit auch keine Kerzen sind, passiert ja auch nichts. Oder wir sehen die Kobolde nun nicht, ne? Das ist vielleicht wie mit den Unterhosenwichteln bei South Park. Hahaha. Wer weiß. Vielleicht sind wir die wahren Kobolde, ne? So. Die nehmen wir mit. Da ist noch so eine Artefaktkiste. Das ist jetzt aber frech. Kann ich da außen rumlaufen einfach? Aha. Okay. Frechheit mit Frechheit kommt dann. Lohnt sich. Und dann hatten wir alle, nicht wahr? Da müssen wir jetzt nur noch den Helm zurückholen. Mehr Artefakte. Oh ja. Ein großer Raum. Scheint auch der letzte zu sein. Wow. Fancy Boy. Schöne Spa-Oase hier. Das heißt, diese Anzahl von Kriegsvorräten, die wir jetzt zurückgeholt haben, ist möglicherweise auch abgezählt, ne? Vielmehr konnte hier ja jetzt gar nicht rumliegen. Hier haben wir sie. Die Kiste. Da vorne noch eine große Kerze und den Helm. Ja. Oh. Ganz dicker Kobold. Okay. Dieser Ort gehört den Kobolden. Ja, mein Freund. Ich hab mein Malen noch nicht ready. Was macht der jetzt? Auch ordentlich Schaden und Voids macht hier. Und dann deine maximale Gesundheit verringert wird. Pro Sekunde. Das ist wahrlich unangenehm. Können wir ihn vielleicht unterbrechen in diesem Flammensturm? Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall können wir den Slam nicht unterbrechen. Da verlieren wir unsere Kerze. Aber wenn man's in der Gruppe macht, dann kann ja wer anders einfach die Kerze holen. Er schmeißt einen aber mit Pech sogar in eine Void rein. Junge, die Big-Kombos hier. So, jetzt. Kicken? Geht nicht. Okay. Ja. Wir haben ihn aber. Also natürlich kein Unding der Fight, ne? Aber interessant gemacht doch. Diese Dunkelheitsmechanik nochmal sehr schön ausgespielt. Und dann ist unser Schatzraum wieder offen. Ihr habt's geschafft. Ich sorge dafür, dass alles wieder in den Besitz der rechtmäßigen Familien kommt. Sehr gut. Da geht er rein. Bran macht die Tür mit Dynamit auf. Wunderbar. Genau so werden Artefakte erhalten. Und er hat sogar selber auch ein bisschen Schaden bekommen, ne? Haben wir ja auch gesehen. Bran hat so Fähigkeiten wie Aspekte Schildkröte. Sowas wie Todstellen auch dabei, ne? Also gehe ich immer davon aus, er kann auf sich aufpassen. Vielleicht wird das auch in höheren Schwierigkeitsgraden ein bisschen tricky. Vielleicht gibt's ja dann so Erfolge wie, ja, halte ihn am Leben. Er darf nicht unter 90% Gesundheit sinken oder sowas, ne? Auch vorstellbar. Was haben wir denn? Wir haben unsere Kristallwährung. Für die können wir allerhand Zeug kaufen, auch T-Mock. Wir haben einen Schmuck bekommen. Eine Abgrundfalle positionieren. Wenn sich ein Gegner auf 8 Meter nährt, wird er für 10 Sekunden in einer riesigen Wasserblase gefangen. Alle Gegner in der Blase erleiden Schaden. Aha. Das ist ja spannend. Die nehmen wir mal mit. Das klingt total behämmert. Tempo, Meisterschaft. Ja, Meisterschaft braucht keiner. Hm, packen wir hier mal hin. Dann haben wir irgendwelches Handwerksmaterial und ein bisschen Zeug zum Verticken. Okay. Ja, Beute. Natürlich wird auch mit steigender Schwierigkeit entsprechend verändert sein. Aber das hat doch schon mal super hingehauen. Cool. Zweite Delph. Interessante Mechanik. Wird da sehr schön eingegliedert. Macht auf jeden Fall Bock. Das war nicht Hulk Hogan. Das war Hulk Hobalt. Das würde mich auch nicht wundern. Der hat auf jeden Fall immer sein Spinat gegessen, der Bruder. Es war Ja. Wir hatten so. Dau иногда. Her war es einfach nur einen direchten Sch İstanbul. Masterה.